Blaues Gold und rote Frucht. Virtuelles Wasser am Beispiel der Tomate. Ein Film der Projektgruppe Wassertransfer. Das sind Lisa und Paul. Sie sind gerade im Supermarkt beim Wocheneinkauf. Sie möchten noch Tomaten kaufen. Lisa bevorzugt die günstigen. Paul möchte lieber die makellos roten Tomaten kaufen. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, woher eure Tomaten kommen? Lisas Tomaten kommen aus Spanien. Pauls Tomaten dagegen sind aus Deutschland. Die beiden fragen sich, worin hier der Unterschied besteht. Paul hat gehört, dass in einer Tomate unabhängig von ihrer Herkunft 13 Liter Wasser stecken. 13 Liter Wasser in einer Tomate? 13 Liter ist das gesamte Wasser, das zur Produktion einer Tomate benötigt wird. Dieses Wasser nennt man virtuelles Wasser. Die Gesamtmenge an Wasser, die während des Herstellungsprozesses eines Produktes, Lebensmittels oder einer Dienstleistung verbraucht oder verschmutzt wird oder die dabei verdunstet. Dazu gehören zum Beispiel die Bewässerung der Pflanzen und das Wasser mit dem Pflanzenschutzmittel verdünnt werden. Auch zur Herstellung von Produktionsmitteln wie Traktoren wird Wasser verbraucht. Nicht zu vergessen ist das Wasser, das beim Anbau verdunstet. Wichtig ist allerdings nicht nur die Menge des virtuellen Wassers, sondern auch die Herkunft. Unterschieden wird dabei in grünes, blaues und graues Wasser. Als grünes Wasser wird dabei Regenwasser bezeichnet. Dies ist eine natürliche und sehr umweltverträgliche Bewässerungsquelle. Blaues Wasser ist Grundwasser und Wasser aus Flüssen und Seen. Graues Wasser ist verschmutztes Wasser oder auch die Menge an Wasser, die benötigt wird, um verschmutztes Wasser so zu verdünnen, dass allgemeingültige Standards erfüllt werden und dieses Wasser gefahrlos nutzbar ist. Woher nehmen also Deutschland und Spanien ihr benötigtes Wasser? In der spanischen Region Andalusien sind die jährlichen Regenfälle gering, weshalb viel blaues Wasser zur Bewässerung entnommen werden muss. Durch den hohen Wasserverbrauch der Landwirtschaft entsteht dort jährlich ein Wasserdefizit von 270 Millionen Liter. Das entspricht einem Rauminhalt von mehr als 10 Chiobs Pyramiden. Es gibt in Spanien etwa 500.000 illegale Brunnen, um die Bewässerung der Kulturpflanzen sicherzustellen. Die dort entnommene Wassermenge würde reichen, um die Wasserversorgung von 58 Millionen Menschen sicherzustellen. Das sind mehr Menschen, als Spanien Einwohner hat. Insgesamt wird vier bis fünf Mal mehr Wasser entnommen, als durch Regenfälle zur Grundwasserneubildung führen könnte. In der deutschen Region Reichenau hingegen sind die Niederschläge meist ausreichend zur Bewässerung der Pflanzen. Da genügend grünes Wasser vorhanden ist, wird weniger blaues Wasser benötigt. Lisa hat gelesen, dass die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen in Spanien auch nicht die besten sein sollen. Paul denkt, dass es bestimmt toll ist, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. In Lisas Zeitungsartikel stand auch, dass in Spanien einige illegale Beschäftigte aus Nordafrika arbeiten. Diese erhalten zwar Arbeitsverträge, welche die Arbeitgeber jedoch oftmals nicht erfüllen. Somit bekommen die Arbeiter meist nicht einmal den dortigen Mindestlohn von 46 Euro am Tag. Dafür müssen sie in Gewächshäusern bei bis zu 50 Grad stundenlang arbeiten. Aber sind die Arbeitsbedingungen in Deutschland wirklich besser? Paul meint, dass die Arbeitsbedingungen beim Bauern vor Ort auch noch verbesserungsfähig sind. Dort sind meistens Arbeitskräfte aus Polen, Rumänien oder Bulgarien beschäftigt. Viele von ihnen arbeiten viel länger als die acht Stunden am Tag, die im Arbeitsvertrag stehen. Fassen wir zusammen. Das virtuelle Wasser in einem Produkt ist, wie wir gesehen haben, die Summe des Wasserverbrauchs der einzelnen Herstellungsschritte. Wesentlich hierbei ist, woher das Wasser überhaupt stammt. Weitere Faktoren, die auch berücksichtigt werden müssen, sind die Umweltauswirkungen und faire Bedingungen für die Arbeiter. Es steckt viel mehr in einer Tomate, als man ihr ansieht. Und nun zu euch. Wie werdet ihr jetzt beim Tomatenkauf entscheiden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017